Musik Wir suchen durch diese Olympiade die besten Schüler Deutsch-Kamerunweit. Bei der Sprachprüfung hatten wir Lesen, Sprechen, Hören und Schreiben gemacht. Musik Nach der Sprachprüfung gab es Basteln. Musik Musik Die dritte Aktivität war Landeskundeworchen. Musik Um unsere Tage gut zu beenden, haben wir einen Film angeschaut. Musik Diese Schüler wurden aus ihren Regionen von Lehrern begleitet. Und diese Lehrer haben neben den Aktivitäten und der Prüfung von ihren Schülern an einem Seminar teilgenommen über die digitalen Angebote im Deutschunterricht. Durch den Sprachtest wählen wir die besten Kandidaten, die dann einen Preis bekommen. Und die zwei Besten bekommen auch Tablets als Geschenk. Musik 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 Ich bin der zweite, oder der zweite. Ich bin der zweite. Ich bin der zweite. Ich bin der zweite. Ich bin der zweite Behandel. Ich bin der zweite. Ich bin der zweite. diese Fertigkeit machen, damit die Schüler beim Finale 2023 eine bessere Leistung erbringen.